Ich komm ins Wohnzimmer und genau da hätt ich's wissen müssen. Genau da hätt ich wissen müssen, Red Flag. Kennengelernt. Bisschen Arabisch. Das ist sowieso meine Schwäche. Okay? Habibi, Mahabibi. So. Mit dir geh ich ein bisschen. Wenn du ne arabische Frau bist, Digga. Versuch dein Manuel, er liebt so. Zu den Eltern. Zu den einen Elternteilen. Der andere Elternteil ist leider verstorben. Vorgestellt. Und hier kommt der Punkt. Hier kommt der Punkt, an dem ich es hätte wissen müssen. Die erste Falle. Die erste Falle. Ich kam in die Wohnung rein. Salamu alaikum. Alaykum salam. Das hier ist meine Mutter. Oh, salamu alaikum. Merhaba alaikum. Wie geht's? Dankeschön. Aha. Und ich sitze im Wohnzimmer. Ich guck. Viele von euch kennen das. Im Wohnzimmer. Pass auf. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ayaatab kursi hängt im Wohnzimmer. Das psychologische Diagramm hätte ich da schon erstellen müssen. Riesengroß mit diesem goldenen Rahmen. Ihr kennt das. Die Brüder auch kennengelernt. Und ähm. Was soll das heißen? Scheiß drauf. Ein Dick oder was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja, ja. Das kann echt sein. Das ist crazy, ja. Ja. Erinnert euch. Ayaatab kursi. Groß über den Fernseher. Jetzt kommt der Tag, wo wir die Braut abholen. Und der Kriropotter. Wir holen wir eine Braut ab. Yallah shabab. Kommt alle Autocalls. 20 Mann. Hupe. G-Klasse. Benz. Anzug. Schieße. Was dein Herz will. Wir holen so ab. Okay? Jetzt sind wir nach Münster geritten. Ding, dang, das Ding. Puh, puh. Hupe. G-Klasse. 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 S-Klasse. G-Klasse. Motorrad. Wir holen sie ab. Die Mutter kommt runter. Und der Fotograf macht folgendes Bild. Die Mutter kommt die Tür raus. Salamu alaikum wa'am. Klapp, Foto. Also gibt es einen Motor, wo die Mutter so, wo die Mutter so und ich mit meinem Mund auf ihrer Hand. Passt auf. Hochzeit, dies, das alles drum und dran. Alles gut. Jetzt kommen wir zurück. Wir kommen zurück. Wir gehen die Mutter besuchen. Das frisch gemählte Ehepaar aus den Vitterwochen. Ich komme ins Wohnzimmer und genau da hätte ich es wissen müssen. Genau da hätte ich wissen müssen. Red Flag. Ich komme rein. Salamu alaikum. Ich setze mich ins Wohnzimmer. Ich gucke in. Die Ayat al-Kursi. Ihr erinnert euch? Die Ayat al-Kursi ist von der Wand weg. Hier war doch Ayat al-Kursi. Was hängt an der Wand? Das Foto, den ich ihr in der Hand küsse. Das ist crazy, ja. Bis zum nächsten Mal. Da habe ich gehört. Vielen Dank.